Also unsere Schule wird mit Ökostrom versorgt und wir haben mehrere AGs zum Thema, Umweltschutz, Klimaschutz und auch Fairtrade eben. Also Nachhaltigkeit bedeutet ja einmal, dass man halt auf dieses Soziale achtet, dass man auf die Umwelt achtet und dass man auf die Wirtschaft auch achtet. Im Moment wird halt einfach das Soziale und die Umwelt sehr vernachlässigt und das ist halt das Problem. Auch mit den Klamotten, da wird ja manchmal sehr wenig Geld für viel Arbeit den Menschen gegeben und das finde ich einfach ungerecht, dass sie so viel Zeit verbringen dabei und dann so wenig dafür bekommen. Nachhaltigkeit bedeutet für mich, dass man die Ressourcen der Erde schont, zum Beispiel nicht so viele Rohstoffe benutzt, die man später nicht mehr recyceln kann. Ich habe bei der GWM nachgefragt, das ist die Gebäudewirtschaft Mainz und die haben mir gesagt, dass wir Ökostrom haben. Es ist aber noch ausbaufähig, zum Beispiel könnten wir mehr Solar auf dem Dach haben. Wir haben zum Beispiel eine Fairtrade AG, die verkauft, auch vor Corona hat auch vor Corona Fairtrade Produkte verkauft. Allerdings war immer nebentran noch der Kiosk und der hat zehnmal billigere Produkte verkauft und natürlich sind da viel mehr Leute hingegangen als zur Fairtrade AG. Also man sollte Fairtrade Produkte versuchen so in den Vordergrund zu bringen, dass sie mehr Menschen kaufen, dass die Bauern irgendwo in, keine Ahnung, Südamerika oder so mehr Geld für Kakao bekommen und nicht irgendwie, wie es jetzt meistens ist, nur extrem wenig Geld bekommen und das meiste Geld an die Firmenvorsitzenden geht. Natürlich mehr auf die Umwelt achten oder vielleicht, also manche Familien können das ja nicht machen und zum Beispiel, wenn die Eltern weiter weg leben, dann können die ja nicht aufs Auto verzichten. Aber jetzt Leute, die die Chance haben, machen das manchmal nicht und das stört mich dann einfach. Das ist ja nicht nur für uns, das ist auch für andere da. Zum Beispiel sollten vielleicht Läden wie eBay, eBay Kleinanzeigen oder Vinted oder sowas, wo man gebrauchte Sachen kaufen kann, vielleicht ein bisschen mehr gefördert werden und so Marken, die keine Fairtrade oder überhaupt Bio-Sachen verkaufen, eher ein bisschen weniger in den Vordergrund gespielt werden sollen. Vielen Dank.